Meine Damen und Herren, im Folgenden spricht Holger Strom, Autor, Berater und Experte für Atomenergie, über die Anbahnung eines weltweiten Atomkrieges durch die von der USA vorangetriebene militärische Umlagerung Russlands. Er zeigt die verheerenden Folgen eines solchen Krieges insbesondere für Deutschland, aber auch für die ganze Welt, einschließlich den USA, auf. Aber hören Sie es selbst. Es ist die Gefahr, dass in der Ukraine, dort schicken jetzt ja die Britentruppen hin und die Amerikaner eine Division. Die Waffenlieferungen laufen ja schon die ganze Zeit. Es werden also tausende Panzer und schwere Waffen, Kettenfahrzeuge, also alle schwere Geschütze, wird ja alle schon in die Ukraine geliefert, über Polen und Lettland und so weiter. Und Putin betrachtet das natürlich als Kriegserklärung, denn die NATO kreist ihn ja ein, systematisch. Sie haben ja auch gesagt, zum Beispiel, sie müssen einen Raketenschirm machen gegen den Iran, wenn der Raketen auf Israel schickt. Also ich meine, wie blöd eigentlich, wieso sollen die Iraner im großen Bogen über Russland oder über die Ukraine die Raketen dann nach Israel schicken? Das ist ja völlig hirnrissig. Es geht einzig und alleine darum, wenn die Amerikaner einen Atomkrieg anfangen, dass man die Atomraketen stoppt über Europa, bevor sie nach Amerika kommen. Weil Amerika glaubt ja, dass einmal der Atlantik und der Pazifik, es ist ja praktisch eine Insel, dass sie nichts davon abbekommen würden und die schon vorher stoppen können. Aber mal angenommen, dieser Krieg dehnt sich aus. Keiner kann ja die Russen rein militärisch stoppen. Die könnten durchmarschieren bis nach Deutschland. Und das Erste, was immer im Falle eines Krieges zerstört wird, sind Elektrizitätswerke. Damit der Feind keine Elektrizität mehr hat, denn die braucht er für die Produktion von Waffen und für die industrielle Fertigung. Wir haben auch gesehen, dass die Israelis im Iran und im Irak Atomreaktoren bombardiert haben und übrigens auch in Syrien und die Amerikaner haben selbiges gemacht. Also wenn hier ein Atomreaktor bombardiert wird und dann die Strahlung frei wird, das hat gravierende Auswirkungen. Denn zum Beispiel nehmen wir mal Krümmel. Der ist ja abgestellt, aber da sind ja die Brennelemente noch drin. Und eine Radioaktivität, die in etwa vergleichbar ist mit der von 10.000 detonierten Hiroshima-Bomben und die noch extrem langlebig sind. Das heißt also, mit einem Reaktor, der bombardiert wird und kaputt geht, wäre Deutschland so versorgt, dass man hier nicht mehr wohnen könnte. Und wenn da noch mehrere betroffen sind, dann wird es natürlich ganz ernst. Hinzu kommt natürlich, dass amerikanische Atomraketen in Deutschland sind. Und dann eventuell für Russland keine andere Wahl besteht, als diese Atomraketen in einem Erstschlag zu vernichten. Denn die haben kurze Vorwarnzeiten. Russland kann da nicht mehr richtig drauf reagieren und die abschießen, weil die schon zu dicht dran sind. Deswegen versucht ja Amerika, ihre Atomraketen und Waffen immer weiter gegen die russische Grenze zu schieben. Und wenn es zu einem atomaren Krieg geht, wird Deutschland das Kriegsfeld. Wir werden ja hier total vernichtet. Wie gesagt, wenn ein Atomkraftwerk vernichtet wird, das reicht schon. Aber wenn alle vernichtet werden, und man weiß ja, die Pläne, die sind ja bekannt. Amerika hat immer vorgehabt, Russland mit einem nuklearen Erstschlag zu enthaupten. Mehr oder weniger ernst ist das immer durchgespielt worden. Und wenn das geschieht und Russland antwortet, zum Beispiel wenn Russland eine Wasserstoffbombe auf Hamburg abwirft, dann werden die Menschen in München an der Radioaktivität sterben. Aber mal abgesehen, eine Wasserstoffbombe und das Atomkraftwerk in Krümmel oder Stade, da kommt ja erstmal dieser magnetische Blitz, der sämtliche elektronischen Geräte zerstört. Das heißt, kein Reaktor ist mehr steuerbar. Kein Computer funktioniert mehr. Kein modernes Auto funktioniert mehr. Nichts funktioniert mehr. Und alleine deswegen können die Reaktoren hochgehen. Wenn der ganze Atommüll da verdampft wird, das hat so gravierende Auswirkungen. Und auch Amerika wird das nicht überleben. Da sind ja einige Politiker, die meinen, sie gingen für ein Jahr in einen Atombunker und würden das aussitzen und danach wieder rauskommen. Danach ist die Erde erledigt. Da ist die Ozonschicht weg. Da bekommen wir eine nukleare Eiszeit, weil in der Atmosphäre die ganzen Schwebpartikelchen noch sind. Und die Strahlung wird so hoch sein, dass ich mir nur wünsche, dass ich als einer der Ersten in dem Atomblitz verdampft werde. Denn an Radioaktivität zu sterben ist das schmerzvollste und grauenvollste, was man sich vorstellen kann. Da fängt der ganze Körper sich aufzulösen. Im Mund, in dem Gedärmen, überall im Körper fängt das an zu eitern. Und ein Zelltod setzt ein. Überall kommen Risse und Entzündungen. Innen, außen, überall. Und mit einem wahnsinnigen Schmerz. Und keiner kann einem helfen, weil den Ärzten geht es auch nicht besser. Krankenhäuser werden nicht mehr existieren. Es existiert dann nachts nicht mehr. Es ist das grauenvollste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn man es sich überhaupt vorstellen kann. Und was mich dabei so entsetzt ist, dass unsere Politiker auf der Bank spielen, Russland die Pistole auf die Brust setzen. Und wir wissen ja, dass Amerika das auf dem ganzen Gebiet macht. Ich meine, China wird zur Zeit eingekreist. 60% der gesamten Navy ist dabei, China einzukreisen. Überall werden neue Luftwaffenstützpunkte erhoben. Und nicht nur China, auch Russland wird eingekreist. Es geht um die neue Weltordnung. Die Amerikaner, die Mafia-Oligarchen wollen die ganze Welt beherrschen. Und sie glauben, dass sie das nur militärisch erreichen können. Und sind bereit, diesen Krieg dafür zu riskieren, dass sie noch mächtiger und reicher sind. Und da ist sämtliche Vernunft spricht dagegen. Sie werden alles verlieren. Auch ihre eigenen Nachkommen werden sie entsetzlichen Qualen aussetzen und dem Siegtum bis zum Tode. Aber wir werden von Wahnsinnigen regiert. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Piero Roccini, der ja mal der Chefanalytiker des römischen Parlaments und Senats war, hat es ja ganz deutlich gesagt. Und sie lagen ja alle bei ihm auf der Couch. Nach der Pensionierung hat er ein Buch geschrieben, Neurose der Macht, wo er festgestellt hat, dass über die Hälfte der Politiker schwer geisteskrank sind und nicht geeignet sind, über die Geschicke einer Nation zu entscheiden. Und kein anderer als Henry Kissinger hat gesagt, 90 Prozent der Politiker sind korrupt. Wir werden also von kriminellen Geisteskranken regiert, die bereit sind, jedes Risiko einzugehen, um noch mehr Macht zu bekommen. Wir vergleichen, also viele westliche Oberhäupter vergleichen ja Putin neuerdings mit Hitler. Aber ich habe das Gefühl, das Dritte Reich ist neu aufgewacht in Amerika. Das ist meine Befürchtung zumindest. Und wir müssen uns immer noch für Hitler schämen, aber dass mittlerweile ganz andere den Hitler spielen und bereit sind, einen Weltkrieg auszulösen und zu provozieren, der uns alle vernichtet und keiner scheint zur Vernunft zu kommen. Das, was Frau Merkel da jetzt macht, ist ja geplänkelt. Sie hat ja selber zugegeben, dass es gar nicht um Putin geht oder so. Sie wollte nur die Ukraine von der verheerenden militärischen Niederlage bewahren. Darum ging es ihr. Wie gesagt, die Amerikaner schicken eine Division hin, die Briten schicken Ausbilder hin, wie das so schön heißt. Demnächst werden dann die Deutschen folgen. Wir werden ja einfach gezwungen über die Amerikaner. Das heißt, dann sind amerikanische Truppen in der Ukraine. Die waren zwar auch schon vorher da, da waren es aber Söldnerheere, also private Söldner, die von irgendwelchen Gruppierungen angeheuert worden sind. Es gibt also in den USA, gibt es weit über ein Dutzend Organisationen und der Kongress und die Regierung und das Außenministerium, die diese Aufstände finanzieren, überall in der Welt. Und wenn jetzt offizielle Truppen dort sind und es dann zum Krieg kommt und die bei Geschützen oder Bombenangriffen ums Leben kommen, dann ist es natürlich, dass die NATO sich angegriffen fühlt, dann kommt es zum Bündnisfall. Dann müssen alle Länder, wie im Ersten Weltkrieg, die rutschen dann automatisch rein in den Krieg. Und Russland hat sehr moderne Raketen und Atomwaffen. Militärisch sind sie auch recht stark, aber wenn Russland verlieren sollte in so einem Krieg, besteht die große Gefahr, dass es zu einer atomaren Auseinandersetzung kommt. Da braucht nur einer in Panik auf den Knopf drücken und schon ist es geschehen. Und ich habe das dumme Gefühl, dass der Westen alles versucht, um diesen Krieg zu provozieren. Denn es ist ganz klar, dass wir alle Vereinbarungen, die wir nach der Wiedervereinigung getroffen haben, dass die gebrochen werden. Und Russland fühlt sich immer mehr bedroht, wenn also jetzt auch noch in der Ostukraine NATO-Truppen sind. Von dort ist es ein Katzensprung nach Moskau. Dann kann Russland sich nicht mehr richtig verteidigen. Ja, es gibt Gesetze, die sind nach wie vor gültig. Dass Deutschland bis 2099 ein besetztes Land ist, praktisch eine amerikanische Militärdiktatur. Russland hat kein Interesse mehr daran gehabt, hat sich ja zurückgezogen. Aber die anderen drei Alliierten, also Frankreich, England, Amerika, sind nach wie vor im Land. Und sie bestimmen alles. Amerika hat die Medienhoheit, das heißt, die ganzen Printmedien, Fernsehen, bis hin zu Theaterstücken oder Lehrplänen an den Schulen, werden alle von Amerika bestimmt. Und die Kriegsberichterstattung kommt direkt aus dem Pentagon. Wir wissen ja auch, Udo Ulf Kotter hat das ja gesagt, dass die Artikel nicht in deutschen Redaktionsstuben geschrieben werden, sondern von Amerikanern. Und sie müssen dann ihren Namen drunter setzen und dafür kriegen sie eine Menge Geld. Wir sind längst in einer Art Kriegszustand. Der Papst hat das gesagt. Wir befinden uns bereits im dritten Weltkrieg. Nur da ist jetzt im Augenblick noch ein Propagandakrieg und ein Wirtschaftskrieg und ein Währungskrieg. Aber zurzeit rutschen wir immer mehr in bewaffnete Auseinandersetzungen. Und das Risiko, dort ganz hinein zu rutschen, ist sehr groß. Und wie gesagt, Deutschland, wir können nicht über uns selber verfügen. Wir haben eine Marionettenregierung, die zu gehorchen hat. Zufolge gibt es nur eins. Entweder wir wachen endlich auf oder wir vernichten uns selber. Und wir vernichten unsere eigenen Kinder und Kindeskinder. Wir sind die Unmenschen, die dann wahrlich nicht verdienen zu leben. So traurig wie das ist. Aber das muss ja mal gesagt werden. 10. März 1964. In der Nähe von Gardelegen ist ein amerikanisches Spionageflugzeug in den Luftraum der DDR eingedrungen. Sowjetische Jäger nehmen die Verfolgung auf. Die US-Piloten versuchen zu entkommen, doch sie haben keine Chance. Das Klima des Kalten Krieges ist günstig für Scharfmacher auf beiden Seiten. Oberster Chef der strategischen Luftstreitkräfte in dieser Zeit ist Curtis LeMay. Im Zweiten Weltkrieg war er für das Bombardement japanischer Städte verantwortlich. Curtis LeMay ist ein Mann, der den Krieg liebt. Er war wirklich ein sehr grimmiger, ungestümer Mann. Sie haben bestimmt schon Geschichten von ihm gehört. Er war eher ein Gorilla als ein Mensch. Er trug meistens Sonnenbrille, seine Handflächen waren behaart und die Knöchel seiner Hände schleiften über den Boden, wenn er ging. Er hasste alles und jeden ganz besonders die Russen. Er hasste sie wirklich. Aber zu uns war er fabelhaft. Offord Air Force Base Nebraska. Von diesem unterirdischen Kontrollraum aus lässt Curtis LeMay den Luftraum der Sowjetunion überwachen. Von hier aus werden auch die Spionageflüge koordiniert. Geht es nach Curtis LeMay, sollen die Flüge allerdings noch einen ganz anderen Zweck erfüllen. Es gibt zahlreiche, sich ergänzende Hinweise, dass LeMay etwa um 1954, also in einer Zeit, in der Amerika stark und die Sowjetunion schwach war, dachte, man solle den Dritten Weltkrieg so schnell wie möglich hinter sich bringen, indem man die Russen provozierte und provozierte, bis sie von sich aus angriffen. Und man könnte den folgenden Krieg mit minimalen Verlusten zu Ende bringen und die Sowjetunion als rauchenden Parkplatz zurücklassen. Curtis LeMay ist ein Mann, der den Krieg liebt. Curtis LeMay ist ein Mann, der den Krieg liebt. Geht es nach Curtis LeMay, sollen die Flüge allerdings noch einen ganz anderen Zweck erfüllen. Es gibt zahlreiche, sich ergänzende Hinweise, dass LeMay etwa um 1954, also in einer Zeit, in der Amerika stark und die Sowjetunion schwach war, dachte, man solle den Dritten Weltkrieg so schnell wie möglich hinter sich bringen, indem man die Russen provozierte und provozierte, bis sie von sich aus angriffen. Und man könnte den folgenden Krieg mit minimalen Verlusten zu Ende bringen und die Sowjetunion als rauchenden Parkplatz zurücklassen. Man solle den Dritten Weltkrieg so schnell wie möglich hinter sich bringen, indem man die Russen provozierte und provozierte, bis sie von sich aus angriffen. Und man könnte den folgenden Krieg mit minimalen Verlusten zu Ende bringen und die Sowjetunion als rauchenden Parkplatz zurücklassen. Hände schütteln nach erfolgreichem Vertragsabschluss, das ist ja üblich. Aber vor der Weltöffentlichkeit mit Krimsekt anzustoßen, das hat denn doch eine andere Qualität, dem feierlichen Anlass entsprechend. Als die Außenminister und ihre Delegationen heute früh die Stufen hinaufgingen zum Konferenzsaal, musste immer noch an Formulierungen gefeilt werden. Einer der letzten Streitpunkte war die Frage von Manövern westlicher Truppen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Schließlich einigte man sich auf folgende Formen. Eine gesamtdeutsche Regierung muss darüber in einer vernünftigen und verantwortungsbewussten Weise entscheiden. Dass die Sowjetunion auf diese Formulierung eingegangen ist, sagt eine Menge aus über das deutsch-sowjetische Verhältnis. Das gegenseitige Vertrauen ist systematisch gewachsen. Heute Mittag war es dann soweit. Der Vertrag wurde unterschrieben. Damit sind die Rechte der Alliierten abgeschafft. Das heißt, der deutschen Einheit am 3. Oktober steht kein äußeres Hindernis mehr entgegen. Allerdings müssen die Parlamente der beteiligten Staaten diesen Vertrag noch billigen. Und das wird sich voraussichtlich noch bis ins nächste Jahr ziehen. Was dann ab 3. Oktober gilt, war heute Mittag noch nicht bekannt. Während der Unterzeichnung war auch Mikhail Gorbatschow anwesend, der Mann ohne dessen politisches Wirken, das hier nicht möglich gewesen wäre. Auf der anschließenden Pressekonferenz ergriff zuerst der sowjetische Außenminister Shevardnadze das Wort, der die historische Bedeutung des Dokumentes würdigte. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen und unter die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs haben wir einen Schlussstrich gezogen. Shevardnadze wies auch auf die einmaligen politischen Erfahrungen hin, die die gemeinsame Arbeit der Sechs vermittelt habe und die zweifellos in der Zukunft nützlich sein werden. Und was ist jetzt nun mit der Souveränität Deutschlands ganz praktisch gesehen, solange dieser wichtige Vertrag nicht ratifiziert ist? Außenminister Genscher erklärt schließlich dazu eher beiläufig. Wir haben heute gemeinsam festgestellt, dass wir bereit sind, am 1. Oktober 1990 in New York, bevor die KSZE-Außenministerkonferenz beginnt, ein Dokument zu unterzeichnen, mit dem die vier Mächte-Rechte suspendiert werden, bis zum Inkrafttreten des Vertrages. Die Suspendierung wird wirksam werden mit dem 3. Oktober 1990, das heißt, dem Tag der Deutschen Einheit, das heißt, die vier Mächte werden ihre Rechte, die juristisch fortbestehen, bis zum Inkrafttreten des Vertrages, bis zum Vertrags Inkrafttreten nicht ausüben. Damit wird das deutsche Vereinigte Deutschland am 3. Oktober durch diese Rechte nicht mehr in seiner Souveränität eingeschränkt sein. Das war dann die eigentliche Sensation des heutigen Tages, der das tatsächliche Ende des Kalten Krieges markiert und an dem ein wichtiger Grundstein zu einem stabilen europäischen Haus speziell mit sowjetischer Hilfe gelegt wurde. Amen. 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 Vielen Dank.